Grundsätzlich würde man denken, es muss eine sehr gute Zukunft haben. Wir beide würden jetzt Schlammern auch nicht kaufen. Nein. Ramon, es geschieht einfach nichts. Du verdienst kein Geld mit dem Zeug. Richtig, aber … Hallo Ramon, schön, dass du gekommen bist. Hallo Roland, ohne Brille? Ja, ich habe mir vor zwei Wochen eine Augen-OP machen lassen. Also die Linsen wurden ausgewechselt an beiden Augen. Da werden die Linsen vom Auge rausgesaugt und dann kommen da neue Linsen rein. Hier sieht man mich dann zehn Minuten später eigentlich schon. Man könnte das auch ohne Propofol machen. Ich habe es mit Propofol gemacht, bin da etwas mitgenommen. Ja gut, also jetzt wollen wir zuerst mal sehen, womit hätte man jetzt während der vergangenen drei Wochen Geld verdient? Ja, das war jetzt eine klassische Aktie-Zeit da. Wir haben ja darüber gesprochen. Märkte waren zurückgekommen und jetzt sind die Aktien wieder stark gestiegen. Ja, die Stimmung hat gedreht. Inflation kam zurück. Die Zahlen waren auf der besseren Seite. Und dann hat die Zinsen ein bisschen korrigiert und es hat sich alles gedreht. Das ist wirklich unglaublich auch die Grösse der Bewegung, muss man sagen. Wir haben in der Schweiz die Alkon. Was sagst du dazu? Genau. Ich meine, die stellen ja Linsen her. Produkte zur Linsenpflege, Augenpflege und, und, und. An und für sich. Ich meine, da war ein Spin-off von Novartis. Und ich meine, grundsätzlich würde man denken, muss sehr gute Zukunft haben, weil wir werden älter, wir brauchen mehr Produkte für das. Jetzt, wenn man den Aktienpreis anschaut, ist an und für sich wirklich nichts passiert. Leute sind sicher tendenziell enttäuscht von der Aktien. Die Frage ist wirklich für mich, hat jetzt das einen Einfluss, dass diese Operationen so einfach zu machen sind? Gibt es einen Anteil von Leuten, die das machen, und dann brauchst du das nicht mehr? Ich weiss es nicht. Ja, ich habe viele Leute im Wartezimmer gesehen. Und ich meine, tendenziell lohnt sich das wirklich. Auch wenn ich das Resultat jetzt anschaue. Aber ja, also eigentlich ... Als Investition scheint Alkon nicht wirklich lohnenswert zu sein. Ja, die Aktie, man sieht es jetzt da an der gelben Linie, befindet sich auf Höhe von einer langfristigen Unterstützungszone. Also, ich meine, da wird es jetzt wahrscheinlich dann schon ein paar Wochen wieder nach oben gehen. Also, in dem Sinn eine Erholung. Aber viel liegt da wahrscheinlich noch nicht drin. Also, eine Aktie, die ja wirklich vielen Investoren Sorge bereitet im Augenblick, und auch, wo ich viele Nachfragen bekomme, ist das ... Und du warst ja da kürzlich an einer Konferenz. Ja, das ist so. Ich war an der ZKB-Konferenz. Da waren wirklich sehr viele Firmen da. Es ging über drei Tage auf 400 Leute, also Investoren, Vermögensverwalter. Und unter anderem hat Roche präsentiert. Der Finanzchef hat präsentiert. Den sieht man nicht häufig unterwegs. Und ich muss sagen, ich fand die Präsentation wirklich gut. Und ich meine, es ist eine Glaubensfrage. Er erklärt dann für sich diese Daten, die jetzt doch häufig schlechter waren als erwartet. Sagt er einfach, das ist statistisch gesehen, sieht man so und so viele Firmen. Resultate sind halt einfach nicht gut bei Entwicklungen. Und nur wenige schaffen es. Und sie haben jetzt eine Zeit wirklich, wo einfach ... Ich sage, 80 Prozent sind negativ gewesen. Jetzt, wenn man daran glaubt, sollte jetzt dann irgendwann eine Zeit kommen, wo es dann wieder auf der positiven Seite kommt. Also, wir schauen uns ja noch andere Gesundheitsaktien an, also Aktien aus diesem Bereich. Jetzt meine Frage. Also, wir sehen es jetzt hier in der Kursgrafik. In den letzten zwei Jahren ist Roche Genuss-Scheine. Die sind um 41 Prozent gesunken. Das ist ja für so einen schweren Titel wirklich viel. Jetzt nach dieser Präsentation, die du gesehen hast, gehst du jetzt hier zuversichtlicher hin und kaufst du jetzt Roche für dein Portfolio? Ich habe immer noch keine gekauft. Wir hatten das schon mal diskutiert. Ich habe einmal ein paar Puts geschrieben. Also Puts geschrieben, das heisst, du gehst synthetisch long. Genau, wenn die Aktie weiter zurückkommt. Die sind aber jetzt wieder verfallen, wieder klackgestellt. Ich bin schon der Meinung, dass man sich langsam aber sicher die Aktie anschauen muss. Also, auf der einen Seite eben diese Statistik, die er erwähnt hat, denke ich, ist sicher nicht falsch, dass einfach im Forschungsbereich, da gehen so viele Produkte, wo man das Gefühl hat, das wird was. Das wird dann am Schluss trotzdem nichts. Ich meine, wenn man ganz bei der Erststudie anfängt, sind es glaube ich über 95 Prozent, die wegfallen. Und Roche hat wirklich eine gute Präsentation auf ihrer Webseite drauf, wo man sieht, wie viele Produkte da in der Pipeline sind und was auch alles nicht geklappt hat. Also, man könnte jetzt sagen, Kaufgründe sind vorhanden, aber wenn man sie kauft wegen steigenden Kursen, ist man jetzt einfach zweifellos zu früh. Also, wir sehen es hier in der Kursgrafik drin, sie ist ja auch gleich hoch jetzt preislich wie 2007. Also, das muss man sich aber zuerst mal auf der Zunge gehen lassen. 16 Jahre früher war sie genau gleich teuer, aber wir haben ja noch Inflation gehabt in der Zwischenzeit. Also, de facto ist sie günstiger, wie vorher. Die Dividende hat man noch kassiert. Ja, klar, aber ich meine, plus minus kommt es wahrscheinlich jetzt schon in einen sehr interessanten Bereich. Was man auch sagen muss, wegen der Corona-Hype, vorher waren ja viele Gesundheitsaktien auch völlig überzogen nach oben. Genau. Und man misst das jetzt von diesem Hoch und das sieht natürlich halt einfach tragisch aus, weil das vorher auch so überzogen war. Aber Roche, denkst du doch auch, muss man sich jetzt die nächsten Monate wahrscheinlich mal anschauen und versuchen einigermassen ein gutes Timing irgendwo hinzukriegen. Genau, vielleicht gibt es dann von der Technik her auf einmal Signale und dann denke ich, muss man dann schon zuschlagen. Also, wir schauen uns sicher noch detaillierter an und bleiben da dran. Jetzt Strauman, eine andere Aktie aus dem Gesundheitsbereich, sehen wir eben auch hier eigentlich nicht unbedingt ein toller Chart. Nein, ich meine, wir haben das vorletzte Mal besprochen. Aktie hat ja auch gelitten unter Konkurrenz. Ihre Zahlen waren dann relativ gut und hat sich jetzt auch dementsprechend erholt. Aber ich meine, wenn man den längerfristigen Chart anschaut, ja, man war halt auch von mir aus gesehen gehypt, sehr teuer. Und jetzt ist halt mehr die Frage, ja, machen sich die Leute immer noch neue Zähne rein oder nur noch, ich sage jetzt, weil man es flicken muss. Und das ist nicht ihr grosses Geschäft, sondern die verdienen dann an den Schönheitssachen, verdienen die halt mehr. Ja, also, wenn wir jetzt was technisch noch anschauen können. Für mich sieht es jetzt hier so aus, da ist noch eine Erholung noch. Vielleicht liegt 155 drin. Aber eben wichtig ist, das ist eine Erholung. Und auch wenn die Preise dann steigen würden, hat es eine andere Qualität, wie wenn es ein richtiger Aufwärtstrend wäre. Also, man könnte jetzt sagen, alle ein paar so eine mittelfristige Trading-Gelegenheit, aber wir beide würden jetzt Schlammern auch nicht kaufen. Nein, gut. Ja, Tekan noch vom Zürichsee. Ja, ich meine, hat halt auch an und für sich sehr gute Produkte, hat sich ja auch von Corona profitiert, dass man das Gefühl gehabt hat. Was machen die denn? Die machen Produkte für Labore, für Produktion von… Ah, okay, Ausserwüste. Genau, genau. Und an und für sich haben sie, ich würde sagen, ein sehr gutes Geschäftsmodell. Aber ich denke einfach, die Aktie war halt einfach zu teuer. Ich meine, jetzt, grosse Frage ist es jetzt, haben wir jetzt den Boden gesehen, jetzt kommt die Erholung, kommt es nochmals zurück? Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man die Aktie eher kaufen muss. Aber jetzt hat sie auch wieder auf 15% zugelegt. Ich weiss es nicht. Ja, und was man ja auch immer sagen muss bei solchen Aktien, sie stehen ja, also eine gute Bewertung, ein schönes Geschäftsmodell reicht nicht, weil du hast ja am Aktienmarkt auch andere Konkurrenten, NVIDIA. Klar. Und Tesla und all das Zeug, die Kapital abziehen, also was so zusteuert. Und wenn die halt jetzt stärker glänzen im Augenblick, dann ziehen sie halt mehr Geld ab und dann nützt es einfach nichts. Dann kommt auch eine TK nicht hoch. Richtig. Ja, genau. Ja, jetzt das Thema jetzt mit kleineren Aktien noch, das scheint mir sehr wichtig. Also wir schauen uns zuerst die Dorsi an. Vielleicht kurz, was ich sagst du dazu? Wie Dorsi, ehemals der Gründer von Actelion, Herr Klosell, hat dann diese Firma an die Börse gebracht. Also nachdem er Actelion verkauft hatte. Er hatte sehr viel Geld gekriegt dafür, hat auch viel Geld da drin investiert, das muss man sagen. Er hat sehr viel Geld jetzt in Anführungszeichen verloren. Ja. Aber man sieht halt einfach auch da, es ist nicht, weil ich eine Firma erfolgreich lancieren konnte, dass die nächste auch wieder funktioniert. Die brauchen jetzt Geld. Ah, die brauchen Kapital. Ja, die brauchen Kapital, die verbrennen Kapital. Die sind ja weiterhin an diesem Schlafmittel dran, was, wenn das durchkommt, sehr erfolgreich sein sollte. Aber die brauchen Kapital und der Markt sagt einfach, ja, es ist schwierig, ob ihr Kapital kriegt. Und darum ging die Aktie nur runter, runter. Und Gerüchte von Kapitalerhöhungen sind da. Die Firma möchte auf jeden Fall keine machen, weil bei diesem Preis macht es nicht wirklich Sinn. Aber es fehlen einfach die Käufer. Und wir müssen in den nächsten Wochen eine Entscheidung kriegen, ob die Geld kriegen oder nicht. Also du meinst, dass sie sogar hops gehen könnten? Ich denke, das ist jetzt so einer, ich sage jetzt schwarz oder rot. Also wenn sie das finden, gut finanzieren, denke ich, geht die Aktie schnell 100% hoch. Wenn es aber nicht gut kommt, dann könnte es auch 95% runtergehen. Ja, also wenn wir jetzt bei Meldungen sind und diesen Geschichten, oder, Molekularpartners, ich denke jetzt mal zwei Jahre zurück. Da sind ja in der Sonntagspresse immer wieder Meldungen gekommen, die sind dann da an einer weiteren Impfung oder an einem Medikament, weiss Gott was. Ja, und da kann man natürlich Musik machen. Und denkst du, also wenn du jetzt da Schreiber bist von solchen Artikeln, könntest du ein Geld verdienen damit, oder? Du weisst irgendwie, du hast am Wochenende Platz und dann schreibst du eine schöne Geschichte. Und die Aktie ist ja dünn. Das ist sicher so. Ich meine, ich kenne den Journalismus nicht, aber grundsätzlich gebe ich dir recht, wenn du natürlich in einen Markt rein, wo eben Corona-Hype war da und neue Impfungen, ich meine, wir sehen ja die Bewegung der Aktie, kann natürlich, kann das sehr viel auslösen. Und Liquidität ist sicher auch nicht dementsprechend. Aber ich meine, wenn halt das ganze Modell am Schluss nur auf diesen Impfungen aufgebaut war, dann sieht man jetzt, ja, jetzt braucht man es nicht mehr oder der Markt glaubt nicht mehr daran. Wenn wir jetzt vielleicht über das Problem bei Sachen Artikel noch mal etwas Detaillierter sprechen. Also, das Thema ist ja einfach, wenn da irgendeine Musik aufkommt, jetzt irgendwo in den Medien oder Social Media oder weißt du was, und da nur schon irgendwie 50 oder 500 Leute mit kleineren Positionen beginnen zu kaufen. Ja, ich meine, was passiert dann? Ja, das kann eben, das sieht man am Chart an. Das kann natürlich Bewegungen auslösen, weil einfach, ich sage, in dem Moment, wo es die Leute sagen, oh, neue Impfung, ja, selbst wenn ich jetzt Molekularpartners habe und die steigt um 30 Prozent, ja, ich verkaufe die nicht mehr, aber ich sage, die steigt 100 Prozent. Ja, wird der Markt einfach ausgedünnt und dann jeder, der käuft, treibt die Kurse noch weiter nach oben und so hast du dann Rückkopplungseffekte. Richtig, aber grundsätzlich ist es dann schon häufig so, dass dann am Fluss wieder irgendein kleiner Investor, der dann auch noch für 2.000, 3.000 Franken gekauft hat, die Aktie jetzt noch hat und jetzt verliert er noch vom Hauptgeld damit. Jetzt lass uns noch mal über diese Konferenz sprechen, wo du gesagt hast, dass du eingeladen warst. Wie kommt man dazu? Ja, ZKB hat mich eingeladen. Wir arbeiten mit ZKB zusammen. ZKB ist sicher, was den Schweizer Markt, Abdeckung von Analysten, Firmen, der Grösste. Ich muss sagen, Konferenz wirklich sehr gut organisiert und ich meine, waren etwa 400 Leute dort, sehr viele Schweizer Firmen von gross bis klein. Hier sieht man ein Bild mit dem CEO von MobileZone. Ja, in der Kaffeepause kann man auch sagen. Genau, genau, nach der Präsentation. Es ist wirklich interessant, einfach zu sehen, zu hören, was die Firmen direkt erzählen. Ich meine, es gibt ein anderes Gefühl. Man kriegt dann auch ein bisschen mit, wie läuft es denen. Muss man halt versuchen, die Gesichtsausdrücke ein bisschen zu verstehen. Und ich meine, wenn ich jetzt MobileZone anschaue, das sieht jetzt für dieses Jahr sicher ein bisschen schwieriger aus. Die Währung macht ihnen Sorgen. Also Schweizer, Franken, stark. Das hört man von sehr vielen Firmen. Und auf der anderen Seite ist einfach in Deutschland der Konsum nicht so stark. Und darum denke ich, bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Würde dann denken, sie haben gute Sachen fürs nächste Jahr in der Pipeline. Sie haben einen guten Deal abgeschlossen mit Sunrise und längerfristig gute Dividende. Ich würde dann die Aktie schon wieder kaufen in Schwäche rein. Und es hat auch andere Firmen gehabt, wie Holzim, Aritzda. Bei denen ist einfach alles auf Grün. Das läuft super. Jetzt lass uns doch noch den Chart mal anschauen. Bezogen auf diese Konferenz sieht es jetzt hier nicht wirklich gut aus mit MobileZone. Und wie bringst du das zusammen? Also du hörst da die Storys und dann auf der anderen Seite ist der Kursverlauf, der ja jetzt nicht gerade ziemlich appetitlich ist. Genau, aber gut, das bestätigt ja für sich meine Theorie, dass es denen für den Moment nicht so super läuft. Und ich nehme an, ich bin nicht der Einzige, der das Gefühl hatte. Und somit preist der Markt das halt ein. Und bevor dann irgendwo schon die Resultate kommen, sagt der Markt, es sieht ein bisschen schwieriger aus. Und wenn ich den Chart anschaue, klar, denke ich, kann noch weiter zurückkommen. Aber irgendwo auf dem Niveau, ich würde sagen, 11 würde ich dann auf jeden Fall wieder einsteigen. Ja, also das haben wir ja vorhin auch schon abgesprochen. 11, 11,50 irgendwo. Ich glaube, das würde dann irgendwo passen. Tonys hast du schon angetönt. Ja. Also was ist jetzt da gewesen? Du hast gesagt, die kommen mit Geschäftssesseltaten beim letzten Börsenespresso. Und die Zahlen waren wirklich weit über den Erwartungen. Also sie haben nur Verkaufszahlen geliefert. Ja, ich meine, ich sehe nichts im Chart. Genau, also ich meine, der Chart ist auf der einen Seite wirklich immer noch stabil, aber die Aktie kommt einfach nicht hoch. Ja, aber ohne, es geschieht einfach nichts, du verdienst kein Geld mit dem Zeug. Richtig, aber, ich habe es ja erwähnt, für Leute, die es verpasst haben, können jetzt immer noch einsteigen, zu einem Preis, der immer noch gleich hoch ist, obwohl die Firma besser läuft. Und jetzt laufen da Kampagnen in den USA. Ich bin überzeugt, das Jahresende wird von den Zahlen her wieder sehr, sehr gut ausfallen. Und dann ist dann die Frage, wann kommt irgendjemand und sagt, jetzt kaufe ich diese Aktie. Und ich sehe da weiterhin extrem grosses Potenzial. Ja, also das ist natürlich immer so. Am Schluss muss irgendwo die Musik irgendwo mitspielen. Ich sehe gerade hier, das wäre nicht hernie.ch, sondern DE. Das ist in Deutschland kapiert. Am Schluss muss ich über die Musik spielen. Und ich meine, wenn die Geschichte eben dran spielt, dann kann es ja sein, dass irgendwann in zwei oder drei Monaten auf einmal irgendwie fünf Artikelbräuche erscheinen, lieber Tonis. Und dann, ja, dann wird die Aktie auch laufen. Genau, dann wird es dann ja auf einmal losgehen. Also du bleibst da investiert, du bist investiert offensichtlich. Das ist so und ich habe wirklich das Gefühl, sie machen einen sehr, sehr guten Job. Und die Produkte, ich kann es nur jedem empfehlen, mal die anzuschauen. Ja, dann wären wir eigentlich schon am Ende von diesem Börsen-Espresso. Ramon, ich danke dir für die Teilnahme. Danke dir, Roland. Dir danke fürs Zuschauen. Und wenn du einen Geheimtipp hast, irgendwo, den wir vielleicht auch mal aufgreifen sollen, schreib das unten rein. Wir sind ja immer gespannt auf irgendwelche Hinweise, die es betreffen. Ja, und dann würde ich sagen, Ramon, wir sehen uns hier Mitte Dezember dann nochmal. Ja, zum Vorweihnachts. Hör auf den Espresso. Ready Espresso. Gut, auf Wiederschauen und viel Erfolg an der Börse.